Oh, Leute, erst mal ein Lärm-Totolette. Eigentlich bin ich allein hier, meine Freunde, zum Glück. Oder ist hier doch noch jemand? Nein, Tom ist auch da und... Nein, Will ist auch da. Oh, mein Gott, wie peinlich. Ich hab nur gepinkelt, Leute. Ja, ja, hab nur gepinkelt, ja. Dankeschön, schönen Tag euch. Tschüss. Ach so, Leute, da wir schon mal hier sind, können wir doch ein Secret machen, oder? Können wir ein Secret machen? Oh, yeah. Ja, du, Leute, ich hab gehört, der Typ hier, der U-Bahn-Typ, der braucht ein bisschen Hilfe. Leute, willkommen zu einem Video. Wir starten hier direkt bei der Feuerwehr hier direkt den U-Bahn-Schacht rechts daneben. Und wir quatschen jetzt den, ja, Mann in der U-Bahn an nach einem netten Toilettengang. Und lass mal gucken, was er von uns möchte. Let's go. Also, er heißt Bob, er hat ein paar Brüder und wir haben irgendwie die Rucksäcke und die Gegenstände vertauscht. Wir müssen das Ganze wieder gerade rücken. Und da heißt, er gibt es jetzt einen Gegenstand mit und dann müssen wir das den Brüdern bringen. Also, let's go. Ah, Leute, diese nette Gummiente müssen wir jetzt zum Bruder bringen. Ja, Will und Mr. Tom, dann zeigen wir, was lang geht hier. Ihr habt das Spiel erstellt. Also, go, go, go. Alles klar. Will voraus. Äh, Will, warte mal auf mich. Leute, gehen einfach jetzt in die Gegensatzrichtung von der U-Bahn. Ihr seht, hier kommt die U-Bahn gerade von der anderen Richtung. Wir gehen hier einfach lang und bringen jetzt den ersten Bruder, ja, seinen verlorenen Gegenstand und hoffen, er braucht ihn und dann geht's hier weiter. So, schnell hoch, nicht überfahren. Äh, schnell, Will, hoch. Nein! Oh, ich hab ihn verlebt, geil. Ah, Leute, hier, hier ist es. Ah, Tom ist auch am Start. Moin. Ah, da ist der Bro. Der, guck mal, der sieht ja auch. Oh, der sieht ja verdächtig. Wie sieht der denn aus? Der sieht ja super verdächtig aus. Das ist das für ein Typ, Alter. Hat der ein cringes Outfit. Okay, Leute. Leute, schreibt in die Kommentare. Sag mal, es ist ein Kommentar von 1 bis 10. Sag mal, 1 ist hässlich, 10 ist schön. Schreibt mal rein, bitte. Was ist da los? Und Drohne, geh weg, geh aus meinem Bild. So, Bruder, du hast deine Ente vermisst. Bitteschön. Ja, mein Dude, ihr habt... Ich hab seine Ente gefunden. Genau sieht es aus. That's awesome. Thank you. So, und der Marvin, der braucht jetzt auch irgendwas. Ja, gib mir was, bitte. Ja, ja. Was macht er? Oh, ein Arztkoffer. Alles klar. Will, ähm... Wo müssen wir jetzt wieder lang? Müssen wir zurück? Müssen wir geradeaus? Oh, hier geht's weiter. Alles klar. Tom zeigt die Richtung an. Let's go, Leute. Einfach Richtung in der falschen Fahrtrichtung. Einfach hier weitergehen. Gehen wir jetzt um und weiter. Ja, einfach Tom und Will in mein Game. Einfach die Developer, meine Freunde. Was ist da los? Oh, vielleicht müssen wir denn laufen. Wo ist denn dieser Bruder? Wo ist dieser Bro? Oh, U-Bahn, Leute. U-Bahn. Oh, ich will ihn doch überfahren lassen. Was ist denn lustig, Freunde? U-Bahn, überfahr mich. Oh, ich habe nicht so weit weggeschliffen. Wie ein Auto hat uns auch überlebt. Wunderbar. Ey, Will, warten wir auf uns. Leute, Will hat da vorne Stop gemacht. Da hier geht's einmal weiter. Perfekt. Dann müssen wir jetzt hier den Arztkoffer anscheinend nicht abgeben. Er hat uns nur geprankt. Alles klar. Bestimmt hier voran bei der nächsten U-Bahn-Station. Ja, ja, ja. Hier bestimmt. Ist hier irgendwas? Ja, da ist der Bro. Da ist der Bro. Ja, ja. Gib mir her, mein Freund. Danke, Will. Hier, mein Freund, den Arztkoffer. Mein First Kid. Er hat's endlich. Ja, ja. Bitteschön. Kein Problem, mein Freund. Sehr, sehr gerne. Äh, er ist Leroy von den Bubble Brothers. Alles klar. Er ist der Cleverste von allen. Alright. Und wir müssen jetzt mal zurück zu Bob, wie er gesagt hat. Ein bisschen nur was geben. Was muss er jetzt geben? Was hat er? Ah, was ist das? Was ist das denn? Eine Zange? Alter, eine Riesenzange. Ab zu Bob, meine Freunde. Los geht's. Leute, wie ihr ein Gegensatzrecht schon mal wisst. Wenn ihr diese U-Bahn-Strecken entlang lauft, dann lauft einfach einmal im Kreis. Dann haben wir einmal eine große Runde gedreht. Das geht mal wieder zu Bob und anfangen. Müsst ihr bei der Feuerwehr wieder landen? Ja, oder? Ja, wir landen mal da. Guck mal, Leute. Laufen jetzt hier einmal hier runter aus dem ganzen Weg. Und landen mal unten bei den Sternchen. Und dann sind wir bei Bob. Und dann haben wir hoffentlich die Quest geschafft. Ich hoffe es. Also, Will sagt mir gerade, das ist eine Motorsäge. Ich dachte, das ist... Ach, stimmt. Ah, jetzt sehe ich es auch. Ja, eine Motorsäge. Leute, ich dachte, das wäre der Riesenzange. Sah auf dem Erstenlücksel aus. Sorry, Bros. Ich hoffe, Tom und Will sind mir sauer. Aber ich habe es einfach nicht gut erkannt. Jetzt sind wir... Ah, guck mal, da ist der Bob. Das ist für eine Runde. Schaut mal, Leute. Da sind wir bei der Feuerwehr. Da haben wir einfach eine ganze Runde in der U-Bahn gedreht. Oh, erst mal hoch hier. Alter. Hoch hier. Los. Alles klar. Und Bob hier, bitteschön. Dein Vermisster. Gegenstand einer Motorsäge. Bitteschön. You found my badge. Thanks, buddy. No problem. Ich habe jeden sein Zeug zurückgebracht. Genau das habe ich gemacht. Good work, sagt er. Perfekt. Ah, unlock. Unlock the train outfit. Perfekt. Super. Haben wir geschafft. Äh, Tom, Will. Tom und Will. Wo seid ihr denn? Oh, Will steckt fest. Will. Äh, Will. Ich glaube, du musst jetzt einfach mitfahren. Tschüss, Will. Ah. Oh, sie haben das erlebt. Äh, Leute. Ich würde jetzt kurz einmal gerne das Aufhinein anziehen. Und dann schauen wir uns einfach mal auf, würde ich sagen, oder? Yeah, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ab zur Vorhinein. Ab einmal umziehen, meine Freunde. Dann gucken wir mal, wie das Aufhinein aussieht. Lokführer einfach am Start. Äh, sind die beiden? Wollen wir gerade den Schrankplatz, glaube ich. Ganz genau gesehen. So, was haben wir jetzt? Ah, warte mal. Wo ist es? Ach, hier oben links. Ah, das ist klar. Oha. Freshe Mütze. Okay, die sieht cool aus. Ach, hier einmal der Schaffner-Outfit und die Hose. Und das sieht richtig gut aus. Richtig fresh. Oh, er hat schon in Schwarz gefärbt. Nice. Will zieht es auch mal an. Will, hau mal rein hier. Was? Will, du ziehst das Outfit an. Los, tu es. Los. Leute, das ist ein neues Schaffner-Outfit. Richtig cool. Einfach der Lokführer am Start. Ja, den Drohne. Ich beobachte dich auch. Ja, ja. Ja, das sieht so blöd aus. Diese tobe Drohne. Leute, wenn ihr auch weiter coole Outfit sehen wollt, dann lasst den Abo und Like. Ich bin schon auf wilde Pommes. Vielen Dank für die Hilfe an Tom und Will. Und oben reicht die Secret Play. Das verlinkt viel Spaß. Damit haut rein. Einen schönen Tag. Und... Ciao. Tschüssi. Tschüss Will und Tom. Ciao.